Ja, einen schönen guten Morgen. Ich denke, viele kennen mich insofern, dass ich hier immer rumrenne mit so einem Tablet in der Hand und versuche hier den Ton abzumischen. Aber ich denke mal, viele kennen mich in dem Sinne nicht persönlich. Also ich heiße Oliver Soos, bin 55 Jahre alt, verheiratet mit natürlich der besten Frau, Barbara. Das ist die, die immer mit der Geige da rum springt. Und ich habe zwei erwachsene Töchter. Jan, ich möchte euch heute Morgen berichten darüber, wie ich zum Glauben kam, was davor war und auch etwas davon, was danach war. Und ich möchte es mal zusammenfassen, worum geht es denn bei den Beispielen Rechte? Es geht um das Leben oder den Tod. Eine höchst unkonventionelle Bekehrung. Eine Frau, die mich sieht. Ein kleiner, aber heftiger Stoß in die richtige Richtung. Ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslösung hat mich betroffen, weil es genau das ist, was kommt. Und zwei durchaus überraschende Begabungen. Und natürlich am Schluss Sie, meine Frau. Ja, ich wurde am 4. Dezember 1967 als letztes Kind von Vieren in Mainz geboren. Wir wohnten damals in Ingelheim. Und mit zwei Jahren ließen sich meine Eltern scheiden. Meinen leibnischen Vater habe ich in dem Sinne nicht kennengelernt oder nur bedingt. Mein leibnischer Vater verschwand aus unserem Leben. Er verdingte sich in der amerikanischen Armee und war weg. Er ließ meine Mutter mit vier Kindern nahezu mittellos zurück. Alimente hatte ich bezahlt, weil er war weg. Er war verschwunden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und um den Lebensunterhalt zu streiten, nahm meine Mutter eine Anstellung als technische Zeichnerin an. Zu der Zeit ging ich gerade so in den Kindergarten. Meine Mutter ist morgens auf die Arbeit und wir waren als Kinder alleine. Haben uns selbst fertig gemacht, haben uns selbst Brote geschmiert und sind Hand in Hand, einen in den Kindergarten, die anderen in die Grundschule gelaufen. Und schwierige Zeit. Meine Mutter lernte dann auf der Arbeit meinen zukünftigen Schwiegervater kennen und sie heirateten. Und mein Stiefvater, nicht mein Schwiegervater, mein Stiefvater natürlich, mein Stiefvater wurde quasi über Nacht Vater von vier Stiefkindern. Und schnell wurde natürlich klar, dass alle Beteiligten von dieser Situation völlig überfordert waren. Und mein Stiefvater ging davon aus, er ist eher sehr traditionell erzogen worden als extrem streng, bekam im Endeffekt regelmäßig Schläge von seinem Vater. Insofern ging er davon aus, dass Kindererziehung darin besteht, dass man den Kindern sagt, was sie zu tun haben. Und diese es widerspruchslos befolgen. Und dass das natürlich nicht funktioniert, ist auch klar. Nur beim Stiefvater war das nicht klar. Und er war ein sehr eifersichtiger Mann, sehr cholerisch und ständige Streitereien in der Familie, in der Ehe. Und untereinander waren die Folgen. Aber er war nicht böse, kann man nicht sagen. Er war einfach auch nur völlig überfordert und hat in einem Weltbild gelebt, was in das nicht gepasst hat, was er dann vorgefunden hatte. In den Folgejahren kapselten wir uns als Familie zusehends voneinander ab. Wir lebten mehr oder weniger abgeschlossen nebeneinander her und gingen uns aus dem Weg, obwohl wir zusammen gelebt haben. Das ging so weit, dass wenn mein Vater nachmittags von der Arbeit kam, haben wir als Kinder zu schweigen. Also er hat dann vor dem Fernseher gesessen und wir mussten schweigend dann unser Abendessen zu uns nehmen, schweigend ins Kinderzimmer gehen und bitte schön leise sein, dass mein Stiefvater beim Fernsehenschauen nicht gestört werden wurde. Mein Bruder hat später, Jahre später, mal das zusammengefasst, zu dieser Zeit versuchten wir alle psychisch und mental irgendwie zu überleben. Alle miteinander, alle sechs. Ob es mein Stiefvater war, meine Mutter, die litt und die im Endeffekt mit Ende 30 aussah wie Mitte 60. Diese ganze Situation in der Familie hat natürlich jeder anders weggesteckt, mal mehr, mal weniger. Jeder hatte versucht, irgendwo da durchzukommen. Auf mich hatte das Psychische, auf meine Verfassung eklatante Folgen. Ich verschloss mich mehr und mehr in meiner Umwelt und erging mich in Tagträumen. Diese mündeten in massive Selbstzweifel, Minderwertigkeitskomplexe und völlig mangelndes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. In der Schule rührte ich zum Außenseiter und ein begehrtes Objekt für Spott und Hohn. Ich bekam dann schnell einen Spitznamen. Man nannte mich Lämmlein. Und das war nicht nett gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Was passierte in meinem Leben, in meinem Herzen? Ich war zerfressen auf die Dauer von Neid auf andere, die viel cooler und angesagter waren. Oder auch in waren, wie man so schön sagt. Und scheinbar vom Schicksal nicht so beteiligt waren wie ich. Und ich gab meinem ganzen Umfeld, meinem Vater, meinem Stiefvater, meinem schulischen Umfeld, die Schuld an meinem jämmerlichen Dasein. Und wenn ich morgens in den Spiegel schaute, hasste ich das, was ich sah. Und je mehr ich mich hasste, umso mehr verachtete ich mich für das, was ich war. Vor allem für das, was ich nicht war. Und wenn man sich erstmal psychisch auf diesen Weg begibt, dann gibt es nur noch einen Weg bergab. Und je länger man sich diesen Gedanken hingibt, umso schneller geht es. Es war eine Spirale nach unten. Und ich war kaum mehr fähig, ein Gespräch zu finden unter vier Augen, geschweige denn, vor einer Versammlung zu reden. Und ich isolierte mich nach und nach immer mehr. Daraus resultierten wiederum massive Depressionen, massive Selbstmordgefährdungen. Ich hatte das Messer schon angelegt an meiner Pulsader. Aber irgendwas hat mich gehalten, ich habe es nicht durchgezogen. Mit 16, 17 Jahren war ich am Ende. Ich verließ das Gymnasium nach der 10. Klasse, da ich mir das Abitur absolut nicht zutraute. Obwohl ich denke, ich hätte es geschafft, aber ich wollte nicht, ich konnte nicht. Ich begann eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker in Mainz-Gustavsburg. Und das präzise Arbeiten auf die hundertstel Millimeter in diesem Job mit dem kalten Metall, machte mir überraschenderweise vom ersten Tag Spaß. Und eines Tages wurde mein Bruder von einem Klassenkameraden zu einem Konzert eingeladen. Und als er abends dann vom Konzert nach Hause kam, meinte er, dass es gar kein Konzert so richtig war, sondern eine Art Gottesdienst mit Musik, bei dem die Anwesenden ihre Hände teilweise betend nach oben streckten. Sehr seltsam. Er war in einem Lobpreisgottesdienst in der Pfingstgemeinde Wiesbaden gelandet. Und es kam ihm doch alles sehr seltsam vor. Er sagte, die sind ja verrückt. Das erzählte er. Und er sagte, das tut er sich nicht nochmal an. Also, nee, danke. Meine Mutter wiederum war von der Beschreibung völlig fasziniert. Und sie ließ sich die Telefonnummer von dem Klassenkameraden geben. Am nächsten Tag, morgens, dass mein Vater es nicht mitbekommen, weil sie ja keinen Kontakt haben durfte mit irgendjemandem, weil er rasend eifersüchtig war. Am nächsten Morgen rief sie bei der Mutter des Klassenkameraden an. Und sie war zu Hause und nicht arbeiten, erstaunlicherweise. Und sie war am Telefon. Und sie unterhielten sich sehr lange. Sehr lange. Das Telefonat musste über Stunden gegangen sein. Und meine Mutter bekehrte sich direkt via Telefon, ohne dass sie diese Frau kannte, ohne dass sie sie jemals gesehen hätte. Sie bekehrte sich. Und jetzt sollte man meinen, alles wird gut. Das Familienleben geriet danach völlig durcheinander, da mein Vater mit wütender Eifersucht auf diesen Gott, auf diesen Jesus und auf die Bekehrung meiner Mutter reagierte. Er verbot meiner Mutter jeden Kontakt zur Gemeinde oder zu jedem Christen. Und dieser Zustand blieb für meine Mutter für die nächsten zehn Jahre bestehen. Sie lebt ihr Christsein alleine, nur mit Telefonaten, mit der Mutter des Klassenkameraden und einigen heimlichen Besuchen. Und das war es. Kein Gottesdienstbesuch, keine Gemeinschaft, nichts für zehn Jahre. Wie das so ist, meine Mutter nervte mich dann anschließend mit der Frage, ob ich denn nicht mit dem Klassenkameraden meines Bruders in die Jugendstunde der Gemeinde fahren wolle. Und sie nervte. Und irgendwann dachte ich, dass sie endlich Ruhe hält, fuhr ich dann mit dem Klassenkameraden mit, in die Jugendstunde nach Miesbaden und ich war leider völlig enttäuscht. Das ganze Miteinander in der Jugend war unecht, halbherzig und oberflächlich. Enttäuscht und endgültig desinsuliniert fuhr ich nach Hause. Und was mich damals noch am Leben hielt, war wirklich interessanterweise meine Ausbildung als Werkzeugmechaniker, weil das, habe ich gemerkt, das liegt mir. Aber ich war von Christen noch zusätzlich enttäuscht und dachte mir, was bleibt jetzt noch übrig. Wir haben meinen Muttertitel aber jedoch keine Ruhe. Und nach einigen Wochen dachte ich mir, ich gebe der Gemeinde, dem Christensein, vielleicht doch noch eine letzte Chance. Und ich melde mich bei einem Klassenkameraden. Und er sagte, wir fahren eine Stunde früher los als das letzte Mal, weil vor der Jugendstunde ist immer Jugendchor, in dem er mitsang. Ja, es war mir eigentlich egal. Und ich setzte mich in die letzte Reihe des eher halbdunklen Gottsdienstraums, also ganz da hinten. Hier vorne auch ein bisschen Licht und da hinten war es so ein bisschen schattig. Und hörte dem Gesang zu. Und der Chorgesang faszinierte mich sofort. Und ich merkte, das berührte etwas in meiner Seele. Ich verstand gar nicht, was sie ja singen, immer mit ihrem Jesus und was, aber der Chorgesang, das berührte etwas in meiner Seele. Und das war etwas, was ich vorher nicht kannte. Und allein das Zuhören dieser Melodien, diesen Klang von mehreren Stimmen, löste etwas in mir aus. Und es tat mir unendlich gut. Und ich beschloss, regelmäßig mitzufahren. Nicht wegen der Jugendstunde, sondern um dem Chor beim Üben und beim Singen zuzuhören. Beim nächsten Mal, der Chor war schon draußen und die Chorleiterin räumte noch auf, drehte sich plötzlich um, ging von hier nach hinten, auf mich zu, sah mich an und sah mich, sagte und fragte, ich habe dich hier schon letzte Woche sitzen sehen. Willst du denn nicht das nächste Mal mit nach vorne kommen und mitsingen? Eine simple Frage, eigentlich nichts Besonderes. Aber diese Frau hat mit dieser simplen Frage mein Leben gerettet. Und ich habe sie Jahre später getroffen, interessanterweise in Frankfurt, in einem Museum. Und habe ihr gesagt, weißt du eigentlich, was du damals gemacht hast? Die wusste es gar nicht mehr. Ich habe gesagt, echt? Keine Ahnung. Diese Frau ist die Frau, die mich sieht. Ein Mensch, der mich sieht. Der mich sieht. Der mir etwas zutraut, dass ich da mitsingen kann, ohne mich zu kennen. Und sie tat es nicht, weil sie sich das vornehmen musste. Ich habe jetzt davor genommen, wenn das nächste Mal ein Gast kommt, dann gehe ich dahinter. Oder weil die Gemeinde vielleicht ein entsprechendes Programm aufgesetzt hätte. Nein. Die Frau hat mich als Mensch gesehen. Und das traf mich zutiefst in meinem damaligen Zustand. Und es erschütterte mich. Ich wusste gar nicht, was damit anfangen sollte. Aber das Singen und damit etwas preisgeben von mir, das ist beim Singen immer so, man gibt immer etwas preis. Niemals. Niemals. Das war für mich unvorstellbar. Deswegen sagte ich, danke, nein. Sie liest es aber auch nicht locker. Und sie schlug dann vor, ob ich denn nach der Chorprobe nicht einfach länger bleiben könnte. Und sie war bereit, ihre Zeit, sie hatte mehrere Kinder, war eine junge Frau, dass sie nach dem Chorprobe, wenn alle wegkann, mir das Singen beibringen könnte. Und wir damit eigentlich jetzt und sofort anfangen könnten, müssten, sollten. Ich war sprachlos, ich konnte mich dem nicht entziehen und stimmte dann doch zu. Wir gingen zusammen vor das Klavier und sie sagte, ich spiele jetzt einen Ton und du singst ihn nach. Allein die Vorstellung, dass ich jetzt einen Ton höre und den singe, sie hat gespielt, ich habe geschwiegen, sie hat gespielt, und ich singe, aber ich habe gesungen, einen Ton. Und so hat sie wirklich eine halbe Stunde mit mir nochmal geübt. Und vom ersten Ton an merkte ich, wie gut mir das Singen tut und mich erfüllt. Und bis auf den heutigen Tag ist Gesang in allen Facetten das wichtigste Element in meinem Leben. Vielleicht mit eins der wichtigsten Elemente. Und ich würde sagen, die Begabung meines Lebens, das ist das, was mich erfüllt. Und wer bei uns nach Hause kommt, der fällt sofort über das Klavier und überfliegen Noten rum. Und ich bin Gott unendetig dankbar, dass ich eine Frau gefunden habe, die genau diese Passion mir teilt. Was alles andere selbstverständlich ist. Ich besuchte also regelmäßig die Gemeinde und brachte die Bassisten im Chor regelmäßig aus dem Konzept und raus. Aber es hat riesig Spaß gemacht. Was ich auch nicht kapierte, warum in der Gemeinde alle über diesen Jesus sprachen. Und was hat das zu bedeuten, dieses Sündenvergeben. Was heißt das? Wofür dieser Jesus? Gott, ja, kann man sich vorstellen. Aber Jesus, was ist der Sohn Gottes? Diese seltsame Ausdrucksweise. Sündenvergeben. Was für Sünden, was ist das denn überhaupt? Wurde eigentlich auch nie erklärt und ich habe es auch nicht verstanden. Und was hat das denn alles mit mir zu tun? Keine Ahnung. So vergingen drei, vier Wochen und ich kam einfach nicht vorwärts. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich sah in der Gemeinde, in der Jugendstunde, haben dann immer erzählt. Ich hatte einen Eindruck, die sprechen im wahrsten Sinne des Wortes Hebräisch. Und zu dieser Zeit fuhr ich mit einer Fahrgemeinschaft nach Mainz zu meiner Ausbildung. Wir trafen uns morgens um sechs in der Nähe der Autobahn, wohin ich mit dem Fahrrad fuhr. Dabei musste ich eine Autobahnbrücke überqueren und da waren mehrere Auf- und Abfahrten. Und am 5. Juni 1986, genau dieses Datum, das werde ich nie vergessen, fuhr ich über diese Brücke und ein Lastwagen ist von der Autobahn runtergekommen, ist auf die Brücke gefahren, übersah mich auf mein Fahrrad und rammte mich seitlich. Ich hörte nur ein Krachen, ich flog zur Seite und knallte auf die Fahrbahn und blieb geschockt liegen. Benommen stand ich auf und ich stellte fest, ich war völlig unverletzt. Die Jeans zerrissen, aber sonst nichts. Mein Fahrrad war völlig zerstört, der Sattel zerquetscht, die Felgen verbogen und ich hatte nichts. Gar nichts. Der Lastwagenfuhrer fuhr mich nach Hause und ich flüchtete in mein Zimmer und ich fühlte, dass dieser Unfall irgendwas zu sagen hatte, wie ein Wendepunkt in meinem Leben sein könnte. Aber was bedeutete das denn jetzt? Ich saß auf der Couch und wusste nicht so recht, was nun. Aus einem spontanen Impuls heraus suchte ich meine Schulbibel, fand sie auch, schlug sie auf, um bei anderen dann zu blättern. und plättete durch und landete beim Psalm 139, einem Psalm Davids. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Da war es bei mir ja schon fast vorbei. Ob ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Dass jemand, der mich sieht, der mich kennt, der meine Wege prüft, von allen Seiten umgibst du mich und legst deine Hand auf mich. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Spreche ich, Finsternis möge mich bedecken. Und das kam mir so bekannt vor. Finsternis möge mich bedecken. So ist doch die Nacht oder meine Nacht auch Licht um mich. Denn auch die Finsternis ist nicht finster bei dir und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis ist wie das Licht. Und jetzt kommst. Denn du hast meine Niere geschaffen und hast mich mit dem Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Nein, ganz sicher nicht. Ich nicht. Mein Gestalt war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Als ich gebildet wurde in den Tiefen der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als ich noch ungeformt war. Und alle Tage war in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen da war. Aber wie schwierig sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie gewaltig ist ihre Summe. Und jetzt hat es mich wirklich endgültig zerrissen. Dort ein Gott, der mir sagt, dass ich wunderbar gemacht bin und dass das, wie ich bin, gut ist. Hier und hier ich, der mir sagt, ich bin nicht wunderbar gemacht, ich hasse mich und alles, was mich ausmacht, ist nicht gut. Und ich erkannte plötzlich, als ich darüber nachdachte, dass ich im Endeffekt zum Mörder meiner selbst gemacht wurde. Ich habe mich im Endeffekt selbst ermordet. Und wenn Gott sagt, dass ich wunderbar gemacht bin, wie kann ich mich selbst zerstören? Und ich merkte, ich habe allem die Schuld gegeben. Meinem Umfeld, meiner Mutter, meinem Stiefvater, meinen Klassenkameraden. Aber im Endeffekt war ich selber, der sich auch auf diesen Weg übergeben hat und hat mich zerstört. Und diese Diskrepanz zwischen dem, wo ich bin und zwischen dem, was Gott sagt, wo ich sein sollte, diese Kluft habe ich nicht auf die Reihe gekriegt. Wie sollte das funktionieren? Wenn das wahr ist, was da steht, dass ich wunderbar gemacht bin, das konnte ich nicht fassen. Unmöglich, dieses Tal zu überwinden, gedanklich unmöglich. Nicht möglich. Ich wusste auch nicht, wie soll ich da hinkommen. Es zog mich zu wissen, da ist ein Vater, der mich liebt, der mich will, der mich gut findet. Und ich selber, der ich sage, ich bin ein Mistkerl. Und dann wurde mir klar, was das ist mit diesem Jesus, dass er Sünden vergibt. Weil ich merkte, ich kann es nicht überwinden. Diese Kluft zwischen dem, was Gott sagt, zwischen dem, was ich denke, da muss was kommen. Und in dem Moment wurde mir klar, dass all mein Hass, mein Zorn, mein Frust, es muss ja irgendwo hin. Und es ist mir aus mir rausgebrochen. Gott vergibt mir all das, was ich mir selber angetan habe. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Die Aggression, die in mein Inneres geht und mich zerstört. Und die Aggression, die vielleicht nach außen geht. Rein rechtlich wäre es vielleicht ein Unterschied, wenn ich einem anderen was antue. Aber vor Gott habe ich mich im Endeffekt zerstört. Und mich schuldig gemacht. Und ich konnte nur sagen, Gott, wohin damit? Vergib mir. Und ich brauche einen Neuanfang. Ich will neu. Und ich merkte mit jedem, mit allem, was ich sprach, also als ich dann angefangen habe, das auszusprechen. Mein Hass, mein Wut, mein Zorn, meine Verzweiflung. Und merkte ich, es erleichtert mich. Und ich merke, das, was die so erzählt haben, das mit dem Jesus, ich erlebe es persönlich. Er trägt meine Schuld und meine Last und er nimmt sie von mir. Und ich habe, ich weiß nicht, wie lange ich dort gesessen habe und habe mich ausgeheult. Habe geheult, 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 bis ich nicht mehr konnte. Gleichzeitig wurde mir leicht. Ich merkte, es ist ein Neuanfang möglich. Es ist möglich. Und als ich dann mehr oder weniger aufwachte, wusste ich, wie das ist. Und ich wusste, da ist was Neues. Tief in meinem Herzen ist was Neues gepflanzt. Das, was ich vorher nicht kannte. Aber ich merkte, da ist was ganz Neues da. Vergebung meiner Schuld. Es ist möglich, neu anzufangen. Und trotz all dem Hass, der immer noch da war, der noch nicht komplett weg war. Aber ich merkte, es ist ein Neuanfang möglich. Und das ist das, was ich später natürlich theologisch aufarbeiten konnte. Das, was die Taufe sagt. Gestorben, das Alte ist vergangen. Und es gibt was Neues. Zwei Jahre später, ich war in der Festen der Jugend, ging eines Tages die Tür auf. Und sie tritt in mein Leben. Die Tür geht auf, denke ich, was für eine Frau. Ich dachte, unerreichbar, no chance, ich nicht. Ja, zwei Jahre später haben wir geheiratet. Auch das ist ein Wunder. Es ist ein Wunder, dass ich hier stehen kann und reden kann. Weil eigentlich wäre ich tot. Und ich habe den Tod auch verdient. Für das, was ich mir selbst angetan habe. Und Gott macht neu. Das ist das, was am Schluss übrig bleibt. In meiner Firma, das ist ein Effekt die Zweitbegabung, mit der ich so gar nicht rechnen konnte, wurde ich immer wieder gefragt, willst du denn nicht? Ich durfte anfangen, ein kleines Team zu leiten von vier Leuten. Und ich merkte, das funktioniert. Wenn ich nochmal zurückblätter, dass ich kaum fähig war, ein Gespräch zu führen. Ich bin jetzt seit 36 Jahren in dieser Firma und habe 36 Jahre nichts anderes erlebt, als diese eine Halle. Ich bin inzwischen der Abteilungsleiter und habe 40 Mitarbeiter, mit denen ich arbeiten darf und wo ich beeinflussen kann. Und was ich sehe, und das ist im Endeffekt geblieben, ist, das Verhältnis zu Gott, zu Jesus, hat sich im Endeffekt nichts geändert. Ich darf zu ihm kommen, so wie ich bin. Mit leeren Händen. Und das bei allen theologischen Büchern und ich weiß nicht, was ich erlebt habe, das ist im Endeffekt, ich darf einfach kommen. Ich darf einfach kommen. Und ich darf mit allem kommen. Und immer wieder neu. Und das ist das Schöne an diesem Christenleben, ich mit all meinen Fehlern komme, auch heute noch. Und jeder Tag ist im Endeffekt eine neue Bekehrung, ist ein neuer Anfang. Ich darf immer wieder kommen, wenn ich Fehler gemacht habe, ich darf neu anfangen. Ich glaube, das ist die einzige Religion, wo dieses möglich ist. Und was ich so, einfach, ich darf entspannt sein. Ich muss vor Gott nichts leisten, weil er mich ja doch kennt. Und ich darf ihm alles sagen. Und ich finde ja so Theologien fürchterlich, wenn man sagt, naja, man darf ihm Gott vor Gott nicht so alles aussprechen, weil das ja in die unsichtbare Welt hineingeredet wird und es hat Auswirkungen, was es so alles gibt. Nein, ich denke mal, also wenn ich mit meinem Vater rede, muss ich mal sagen, das ist so eine abhörsichere Leitung, da hört keiner mit. Und auch der Wille Gottes, dass das was, einfach entspannt sein. Gott, wie gesagt, ich bin seit 36 Jahren in einer Firma, ich habe es nicht bereut, aber ich darf dort lichtend Salz sein. Und wenn ich dort lichtend Salz sein soll, dort wo ich stehe, dann habe ich genug zu tun. Da brauche ich mir nicht Gedanken machen, wo soll ich denn in 10 Jahren sein? Nein, ich glaube jetzt hier, wir leben eben hier als Christ. Und jetzt und hier, wo ich stehe und wo du stehst, dort soll mir lichtend Salz sein. Und ich muss mich auch nicht immer wieder, auch das, wenn ich mich beschäftige mit dem aus der Vergangenheit, es muss mich heute nicht mehr beschäftigen. Es hat keinen Einfluss mehr auf das, wo ich jetzt bin. Und der Einfluss, der immer jetzt ist, das ist das, wie der Paulus sagt, strecke dich aus nach vorne. Also mir ist bewusst, woher ich komme, aber mir ist bewusst, das muss keinen Einfluss mehr haben auf mein Leben heute. Also einfach entspannt sein. Und wenn du nach dem Willen Gottes fragst, dann ist es ganz easy, da wo du jetzt stehst, da bist du richtig. Und wenn die Tür aufgeht, dann geht durch. Und wenn du Entscheidungen anstehst, dann frag Gott. Und wenn Gott redet, ist es gut, aber oftmals schweigt er auch. Das ist ja sein Recht und dann darfst du entscheiden. Also nicht so kompliziert sein. Gott ist eigentlich einfach. Religion ist einfach, Evangelion ist einfach. Wenn er sagt, er ist gekommen für die Schlichten dieser Welt, na, der muss auch schlecht sein. Zusammenfassend ist, ich bin Gott undendlich dankbar, dass ich ihn damals finden durfte. Dass er mir Begabungen gegeben hat, mit denen ich nicht rechnen konnte. Dass ich Vater sein konnte, für mich unvorstellbar. Wenn bedenkt, wo ich herkomme, aus welchen Familienverhältnissen. Und ich bin sehr glücklich in meiner Familie. Bin vielleicht immer noch nicht so der fröhliche Bonneproppen. Wäre vielleicht auch nie so sein. Natürlich ist man geprägt, irgendwo auch durch das, wie man groß geworden ist. Aber Gott ist größer über alles. Und er, der in mir ist, ist größer als das, was außen der Welt ist. Amen. Amen.